so willkommen zurück zu fahrenheit indigo prophecy remastered die arme frau hat jetzt hier die ganze pause über gestanden und sich gefürchtet dabei hat ihr platzangst aber müssen jetzt das computer terminal finden was ja auch nicht besonders schmeckt hier erstmal nicht machen das macht die ganze sache schon angenehmer aha es ist schon nicht mehr so große panik um kala atmen zu lassen müssen sie die l-taste und die r-taste abwechselnd gedrückt werden damit keller ruhig bleibt muss der zeiger in der mitte der anzeige gehalten ok noch keine panik kriegen ok da kommen wir nicht rein da auch nicht so jetzt aber wir haben eine durch ich krieg keine Panik ich heiz nicht aus ich krieg keine Luft ich muss hier raus ich versuch's später ich werde meine Angst beherrschen so, nochmal oh Gott dabei habe ich mich so gefordert dass ich jetzt den Durchgang gesehen habe da ist der Archiv Terminal hier kann ich die Datei einsehen die Speicherdateien sind nach Jahren geordnet der Fall Kirsten ereignete sich in den 90er Jahren dürfte schnell zu finden sein der Terminal geht nicht an da muss es sicher einen Schalter geben na toll da war gerade hier irgendwo was weiß ich da da wären die Akten die mit K beginnen jetzt muss ich nur noch auf dem Terminal prüfen ob das Ja stimmt nein das Ja stimmt garantiert nicht ich komme zu den 90er komme ich natürlich nicht rein das ist ja Nein, jetzt ist auch noch Strom ausgefallen. Stromausfall. Jetzt bloß die Ruhe bewahren. Ich überprüfe erst die eine Kassette, bevor ich eine andere nehme. Aber wir haben doch keinen Strom. Und ich kriege das Terminal nicht an. Verdammt. Das mache ich jetzt nur. Aber jetzt geht's. Der Terminal geht nicht an. Da muss es sich einen Schalter geben. Ja, der ist hinter dem Schrank. Wie kriege ich denn jetzt an? Toll, da ist der Schrank dazwischen. Ich kann ihn nicht drehen. So, jetzt aber. Nein, immer noch nicht. Der nächste Schrank muss ich auch noch machen. So, jetzt ist der Terminal an. Tief ein- und ausatmen. Das ist so Schwangerschaftsübungen. Ja, ist natürlich die falsche Kiste. Weil wir müssen da rüber. So, hier irgendwo. 2.1990 bis 2.000. Ja, es klebt natürlich. Das war ja so klar. Das war ja so klar. Das geht. Kann ich denn hier irgendwas bewegen? Okay, wieder den bewegen. Das üble ist, ich weiß genau, dass diese Schränke echt übel sind, weil ich habe früher auch mal im Archiv gearbeitet, eine Zeit lang. Dann weiß ich, dass es richtig, richtig übel sein kann, wenn der eine Schrank den anderen blockiert. Ich muss die Ruhe bewahren. Bloß nicht von der Angst überwältigen lassen. So, jetzt wieder den hier. Und rüber. Jetzt geht's. Okay, wo ist jetzt die Kassette? Da. Da wären die Akten, die mit K beginnen. Jetzt muss ich nur noch auf dem Terminal prüfen, ob das Ja stimmt. So, das wär's. Das müsste es sein. Die Datei ist leer. Kein Bericht, keine Beweise, rein gar nichts. Sekunden. Hier steht der Name des die Untersuchung leitenden Kommissars. Robert Mitchell. Also, dann sprechen wir mal mit Robert Mitchell. Allerdings erst in der nächsten Folge. Bis dahin sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt. Und dann gehen wir wahrscheinlich mit Lucas Cain zu Agathe's Hearts. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.